Hi Diddy Leo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Stronghold 2 The Good Way. Genau, wir haben jetzt letztens uns weiter vorgeschlagen, da haben wir jetzt Eisen und so, alles mögliche, den haben wir zerstört. Der ist immer noch am Leben. So, und wir haben hier jetzt 20 Reiter. Hier ist nix mehr los, außer dass da immer noch ein paar laufen. Aber die gehen schneller drauf, wie sie sich überhaupt hinhocken können und schießen können. Ne, das pass auf, da sind die nächsten drauf, da die nächste, da der nächste. Oh, da schießen welche. Komm schon. So, und ich glaube mit den Reitern machen wir das jetzt ganz einfach eigentlich. Wir können reinreiten. Dann reiten wir mal rein. Wieso komme ich da nicht hoch? Wieso komme ich da nicht hoch? Leute, warum komme ich da nicht hoch? Okay, Moment. Back again on... Musik werde ich wieder machen. Ein Klang, aber jetzt habe ich keine Uhr. Ich habe keine Uhr. Fünf nach, okay. Da komme ich immer noch nicht hoch. Oh, oh. Oh. Oh, 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 oh. Euer Zeichen, Sire? Geht es in die Schlacht? Noch leben sie alle. Boah, alle noch am Leben und alle noch auf dem Pferd. Ist das geil. So, dann gehe ich mal kurz hier raus. So. Beenden. Laden. Also, ich habe jetzt Musik auch wieder hinten im Hintergrund, wie ihr gehört habt schon. So, jetzt werden die da angegriffen. Ihr seid mein Gebieter. Jetzt gehe ich die erstmal da ran. Ich komme da immer noch nicht hoch. Was ist da los? Warum komme ich da nicht hoch? So, die anderen da hauen ab. Also, wo glaube ich, wir hatten, dass sie keine Chance haben. Dann machen wir es anders. Klappt das. Komisch, das funktioniert. Ah. Marschieren wir? Ah. Jetzt, ich weiß in den Grund. Ah. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Gut, gut, gut. Absteigen. Ah, zacke. So, die Pferde hauen jetzt wieder ab. Unsere Truppen werden angegriffen. Jo. Da haben sich zwei direkt in die Mauer gestellt. Shit. Komm, lauft rein, lauft rein. Geht da hoch und tötet ihn, nicht die Ritter. Gut. Sagt nur, was ich tun soll. Alter. Geht es in die Schlacht? Aufsitzen, ihr drei. Ihr seid mein Gebet, Herr. Oh. Oh. Haben's geschafft. Sieg. Wir haben ihn besiegt. Lol. Pascal hat seine Brücke bald fertiggestellt. Wir müssen unsere Verteidigung für den nächsten Angriff schnell aufbauen. Oh, wir gewinnen, indem der Pferde stirbt und wir verlieren mit unserer Brücke und Sir William stirbt. Das heißt, ja. Ah ja, wir haben Sir William ja noch bei uns. Pascal hat seine Brücke bald fertiggestellt. Wir müssen unsere Verteidigung für den nächsten Angriff schnell aufbauen. Mein Lieber, die steht doch schon längst. So, die Brücke steht noch. Am besten wäre es dann natürlich, wenn wir uns jetzt einen schönen Turm dahin knallen. Jetzt kommt's nur, die Sachen stehen da im Weg. Das heißt, ich muss löschen. Gucken, passt der jetzt da hin? Nein, dafür steht dieses eine Haus da noch im Weg. Perfekt. Kommen die da durch? Ja, kommen die. Also. Die kommen nicht durch. Gut. Demnach schnapp ich mir jetzt alle meine Borgenschützen. Knall die hier drauf. Und natürlich eine Balliste da oben draufsetzen. So, jetzt schnapp ich mir wieder ein paar. So, ich muss ja alle Borgenschützen da hochsetzen. Über Berg und Tal. Wo sind sie denn? Da unten rennen sie. Borgenschützen, vorbereiten. Gehen in Stellung. Ja, Sire. So, jetzt versuchen wir uns alle da hochzukriegen. Unsere Sehnen sind gewachst. Gebt uns nur ein Ziel. Das heißt, ich muss immer welche anwählen. Borgenschützen, bereit machen. Die ich nur nicht hatte. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. So, mal gucken, ob welche unten bleiben. Unsere Bögen werden singen. Dass ich die sofort alle hochschicke. Wir sind bereit. Dann wäre es nochmal angebracht, wenn ich jetzt den Sammelpunkt von den Bogenschützen hier oben hinsetze. Waffen benötigt Shire. So, die Ritter sind jetzt eigentlich... Doch, die Ritter brauchen wir noch. Die knalltschen wir hier oben hin. Waffen benötigt Shire. Gut, die rennen dahin. Haben ihre Ritter... Ja. Wir haben zwei Stück verloren. Schade. Gut, ihr reitet dahin. So, Pascal scheint immer noch nicht fertig zu sein, mit der Brücke zu sein. Nein, das passt. Das können wir dann natürlich noch ausnutzen, um weiterhin... Waffen benötigt Shire. Ein paar Soldaten zu bauen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Schon wieder. Können wir Waffen kaufen. Da ist der Markt. Ja, Pech. Können wir verticken. Zu viel Holz. Verticken. Waffen kaufbar. Perfekt. Rekruten benötigt. Also momentan heißt es wohl nur, unsere Verteidigung aufzubauen. Weil noch scheint er die Burg nicht fertig gebaut zu haben. Die fragt mich nur, wann das so sein wird. Ah, da ist wieder eine Thjost. Eine Ritter-Thjost. Lila gegen... Oh nein, die schwarz-gelben Zecken. Dortmund. Nein. Warum ausgerechnet Dortmund? Gibt es eine Lila-Mannschaft? Ich kenne als einziges die, äh, die, äh, die, äh, die hier Lila, also eine Mannschaft, die Lila haben, ist die einzige, die ich kenne, äh, äh, Lakers, Basketball, aber... Ja, Dortmund hat verloren, das passt. Dortmund die Loser. Rekruten benötigt. Oh, der Jammok wird gerade abgebaut. Okay. Da, 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 da. Und wie es aussieht, ist keiner unten. Das ist gut. Rekruten benötigt. Ja, ich habe ein paar neue Sounds reingepackt, damit man die auch hört, aber ich könnte dann eigentlich dementsprechend... Weil hier ist ja noch die Musik an, fällt mir gerade ein. Einstellungen, Musiklautstärken. Ausmachen. Dann hört man wenigstens meine Musik. Ja, Sire. Ah, gut, die rennen da hoch. Tja, wann machst du denn bitte die... Burg fertig? Das wäre jetzt mal cool zu wissen. Hier, das schöne weite Meer. Hier haben wir William gerettet. Hier war der... Eine-Munte-Paar-Nase, wie er sich da taufte. Ah, cool, was schickt er mir denn? Da, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Darauf kann ich sehr lange warten. Wählt die Güte, die ihr senden möchtet, Sire. Auf der linken Seite könnt ihr eure Auswahl treffen. Das gehört ihm. Ja, das gehört immer noch William. Brauche ich mich wie so. Kann man gar nicht einnehmen. Aber das gehört jetzt alles uns. Die sind immer noch am Schießen. Wie können wir die... Demobilisieren. Au! Die machen da immer alles kaputt. Gut, dass ich sie demobilisiert habe. Das ist unaddicted, unaddicted to the base. Außerdem haben die da noch Jauche. Das ist richtig mies. Das könnten wir eigentlich... Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen. Wird jetzt mal die ganze Zeit, um irgendwelche Gesetze zu brechen. So, die... Mein Nobel... Die Brücke ist fertig, Sire. Der Falke naht. Bauer, jetzt kommt der aber richtig hier, ey. So, absteigen. Absteigen. Und da hoch. So, haben wir wieder... Ja gut, können wieder neue hinmachen. Rekruten benötigt, Sire. Gut, also er kommt jetzt mit einer Armee. Ist jetzt klar, dass er als erstes angreift einmal kurz. Rekruten benötigt, Sire. Damit wir keine Chance haben. Ich möchte eigentlich gerne... Ach, komm jetzt. Ach, da können wir keine draufsetzen, Kacke. Hier oben noch welche haben. Rekruten benötigt, Sire. Gut. Also, die Balliste fängt schon mal... Ah, das bugt hier gerade richtig. Die Ball... Au. Ihr geht da hin. Das wäre aber cool, wenn ihr... Euch hier hinstellen würdet. Dann hätten wir auf jeden Fall da auch nochmal einen Schutz. Tja, da stehen sie. Oha, das wird ein Aufmarsch. Ich speichere mal lieber Feuer. Speichern. Spiel gespeichert. Rekruten benötigt, Sire. Ja, nicht genug Rekruten. Dann bauen wir mal einfach hier ein Gehirn für. Ist die Miete halt ein bisschen niedriger, weil wir hier draußen wohnen. Ich würde gerne davon noch ein paar bauen, damit ich... Mein König da geschützt wird. Ja, da stehen sie. Die Schweine. Kann ich mit der Balliste eigentlich... Komm, hier hoch. Die Balliste nehmen. Und hier schon mal drauf schießen. Eigentlich wären mir die hier lieber die Leitanträger. Okay, er baut die ersten Triböcke. Die Triböcke muss ich sofort zerstören. Die dürfen nicht lange fackeln und überleben. Sonst bin ich gearrscht. Die Katapulte haben nicht so eine weite Reichweite. Das heißt, da habe ich eine gute Möglichkeit. Schieß, schieß, schieß. Das sind drei Triböcke, die ich sehe. Schieß. Sobald die Triböcke stehen, greifen die an. Da kommt noch ein Triböcke. Ach, du Kacke. Schieß doch. Okay. Scheiße. Wenn die natürlich eine Bresche schlagen, ist das natürlich kacke. Warum machen die Bogenschütze nichts? Gebt uns nur ein Ziel. Ich komme nicht dran. Scheiße. Das ist natürlich jetzt kacke. Richtig kacke. Er hält sich wohl zurück, Sire. Vielleicht nahen noch mehr von ihren Truppen. Oder der Weg ist nicht so schön hier gemacht. Barclay kommt gleich von hier oben. Okay. Unser beider Schicksal ist eines. Attacke. Ich kriege den an Reitern. Mein Schwert ist das eure. Damit die Triböcke zerstört werden. Die Triböcke müssen weg. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Perfekt. Aufsteigen, Jungs. Jawohl. Hauptsache die Katapulte sind im Arsch. Boah, das leckt gerade richtig. Jungs. Aufsteigen. Kommt schon. Die Triböcke müssen weg. Lauft, Pferde, läuft. Nein, nein. Am besten mit Pferden. Was macht der König hier draußen? Nein. Da hoch. Oh Gott. Scheiße, Freunde. Scheiße. Oh. Ich hab was vergessen. So. Ich glaub, man hört die Musik schon wieder nicht. Ach. Ich folge eurem Banner. Die hier. Aufsatteln. Anscheinend schickt er keine neue. Vielleicht wartet er wirklich auf Barclay. Aber sie schicken auch keine neuen. Oh, Dreck. Dreck. Das waren Honigdinger. Die sind mir wurscht. Sagt nur, was ich tun soll. Und den. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Gut. Die 24 Ritter, die laufen können, kommen wieder hier hoch. Und die weiteren 23. Rekruten benötigt, Sire. Wir stehen hier. Euer Zeichen, Sire? 58. Rauf auf die Welle! Da kann ich nicht hin, Sire. Dann verteilt euch hier. Geht es in die Schlacht? So, die sind dafür da, dass die andere zerstören. Also jetzt Sachen. Ihr wisst schon. Aber mein König. Oh. Bremen gegen Dortmund. Nein, Bremen verliert. Ihr habt nicht ohne mich begonnen, oder? Bringt eure Mannen in Position, MacLeod. Ich habe lang genug gewartet. Oh. Noch nie sah ich eine solche Armee. Dies wird der härteste Kampf unseres Lebens, Matthew. Genau, meine lieben Freunde. Das wird ja wirklich der härteste Kampf in unserem Leben. Und genau den seht ihr dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Spiel gespeichert. Let's play Stronghold 2 The Bad Way. Musik ist leider schon wieder ausgegangen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken, dass ich da irgendwas mache, dass ich die Musik da am Laufen kriege. Aber das werde ich dann höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Aufnahmesession machen. Das heißt, in dieser Folge gibt es immer noch keine Musik mehr. Also mache ich wieder die alte Musik rein. Und dehnach sage ich bis dann, Freunde. Tschaui.